Hallo und herzlich willkommen zu Sanjago Cisma Blitzfragen 3.1 Über welches Thema könntest du dich ewig unterhalten? Über welches Thema? Über Tiere Sag mal drei Worte mit H Heute habe ich aber großen Hunger Kannst du gut kochen? Für den Hausgebrauch, ja ich kann kochen Was bestellst du am liebsten? Ganz profan, Schnitzel mit Bratkartoffeln Welche Serie spiegelt dein Alltag wieder? Die so eine Serie gibt es gar nicht In Brennnesseln fallen oder vom Bienen gestochen werden? Brennnesseln Rot und Grün ergibt? Rot und Grün ergibt? Rot und Blau ist Lila Rot und Grün Orange Gelb Gelb Bremen oder Bremen? Wie wird es richtig ausgesprochen? Bremen Du machst eine WG auf, wer darf einziehen? Sind die aus Marzahn oder Luke Mockridge? Luke Was magst du so gar nicht? Lügen und unehrliche Menschen Drei wichtige Dinge in deinem Leben? Meine Mama, meine Geschwister, sprich meine Schwestern und meine Neffen Butter abkratzen oder abschneiden? Abschneiden Lieblingsfremdsprache? Spanish Wie lange schaffst du es, ohne zu blinzeln? Das ist ein dummes Spiel Danke, Sandy Ja, so vielen Dank fürs Zuschauen und hier könnt ihr mich abonnieren und hier könnt ihr das nächste Video sehen